Hallo liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Fortnite auf euren Android Sachen runterladen könnt. Ich starte kurz die Website und da sehen wir uns wieder. Okay Leute, da sind wir wieder. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite. Also ich werde sie euch verlinken. Und ihr müsst auf Android gehen. Dann steht hier Download, dann klickt ihr auf Download, dann klickt ihr auf Herunterladen. Also wenn euer Handy deutsch ist, wie auch immer. Meinst du es jetzt deutsch? Jetzt lade ich mein Fortnite eigentlich herunter. Wenn nicht, dann mach das Ganze noch einmal, wie auch immer. Ja, ja. Okay, da ist jetzt eine Datei. Die müsst ihr dann öffnen. Dann drückt ihr auf Einstellungen. Unbekannte Quellen aktivieren. Und installieren. Dann installiert sich euer Fortnite. Dann könnt ihr es öffnen. Wie ihr seht, euer Fortnite startet. Und dann muss ich es nur noch laden, Leute. Und wenn es geladet hat, dann zeige ich es euch. Okay Leute, das Fortnite startet jetzt. Dann drückt ihr Tab to start. Und euer Fortnite geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020